Hallo Leute, willkommen in einem Video. Ich bin's wieder, Philipp. Und das hier ist mein 24. Video auf meinem Kanal Philipp Channel. Ja, im letzten Video habe ich ja 6 Booster von Schwarz und Weiß Hoheit der Drachen aufgemacht und auch in einem der Booster einen richtig coolen Pull gemacht. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ja, jedenfalls, und heute wollte ich diese beiden coolen Tinboxen aufmachen. Und zwar sind das schon ein paar etwas ältere Tinboxen aus den ersten XY-Serien und deswegen finde ich das besonders cool, dass ich die jetzt endlich mal aufmachen kann. Also, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also Leute, da wären wir. Also, wir haben hier die Bisaflor-Tinbox und die Brigeron-Tinbox und ich würde sagen, wir fangen am besten gleich mal an, die aufzumachen. Ich habe aber auch noch zwei Briefe vorzustellen und ich würde aber sagen, die mache ich dann am Ende. Ja, also, fangen wir mal an. Zuerst mal die Brigeron-Tinbox. Also Leute, ich habe ja eigentlich abstimmen lassen, welche Tinbox ich da aufmachen sollte, aber ich habe eben keine Stimmen dabei gekriegt und deswegen habe ich gedacht, mache ich am besten einfach beide auf, weil ich glaube auch, dass in diesen älteren Tinboxen die Chance auf eine gute Karte, also eben X oder so, dass die Chance eben nicht sehr hoch ist und deswegen ist es doch etwas sicherer, wenn ich jetzt beide Boxen aufmache. Was geht hier gleich ab da unten? Machen wir mal wieder dran. Okay, da sind die beiden Boxen und ich würde sagen, machen wir die guten Stücke doch einfach mal auf. Ganz vorsichtig, damit sie auch nicht kaputt gehen. Ja, gut. Mann, das geht immer da unten ab, ey. Ja, also, da haben wir die Boxen nochmal in geöffnetem Zustand und ich hole erstmal die beiden Promokarten raus. Oh Mann, Leute, ich sehe hier vorne schon einen Booster hier von XY Basis mit I-Welter drauf. Ja, jedenfalls, wir haben ja erstmal die beiden Promokarten mit Bregeron und Bisaflor. Beide als EX. Und ich würde sagen, tun wir die am besten erstmal gleich ins Leaves rein, ja? Seht ihr? Also jedenfalls, Bregeron X hat eben die XY-Promo Nummer 18 und Bisaflor 28. Das sind eigentlich keine so hohen Nummern, wenn man eben bedenkt, dass es insgesamt, glaube ich, jetzt schon um die 200 gibt. Also um die 200 XY-Promos. Ich glaube, sogar noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe ja auch gesagt, das sind einige der ersten Boxen des XY-Zyklus. Ja, hier ist noch der Code aus der Bisaflor Tin Box. Und dann hole ich mal die Booster raus. Und zwar haben wir hier einmal HeartGold zur Silver Triumph. Dann zweimal Phantomkräfte, meine Lieblingsserie. Und einmal fliegende Fäuste. Also das wären jetzt eben die Booster aus der Bisaflor Tin. So, in der Bregeron Tin haben wir Booster auch einmal aus HeartGold zur Silver Triumph. Dann einen von XY-Basis. Und zwei von XY-Flammeer. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber von Flammeer habe ich wirklich insgesamt in meinem ganzen Leben erst einen Booster aufgemacht. Und das war eben auch der Booster, wo ich das Mega-Glurak YX gezogen habe. Das ist ja auch echt krass, oder? Gleich den ersten Booster von Flammeer und dann gleich den Mega-Glurak. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier aber zwei weitere Booster. Und vielleicht ist ja da auch nochmal was Rutes drin. Also, dann legen wir die Boxen erstmal wieder beiseite. Mann, das Ding nervt aber auch, oder? Und die beiden Promokarten kommen dann in den Hintergrund vor die Boxen. Ja, genauso wie dieser Code. Und die Booster machen wir jetzt einfach mal auf. Ich würde sagen, wir machen einfach eine beliebige Reihenfolge. Ich mische die ein bisschen, die Booster. Und dann kann man ja mal gucken, was man in welcher Reihenfolge wir jetzt aufmachen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir von unten an. Und zwar mit einem Flammeer-Booster. So. Ich glaube, diese Booster-Hülle habe ich wirklich noch ganz gut aufgekriegt hier mit Kangama. Und dann machen wir erstmal den Kartentrick hier. Ja, los geht's. Wir haben hier ein Algit, ein Polita, ein Haspiror, ein Psyau, ein Parfi, eine Trickschaufel, ein Galoppa, dann ein Käufwaff, ein Samurzu-Reverse und ein Slapbo. Okay. So, dann machen wir weiter mit einem Hardgots der Silbertriumph. Oder am besten bei euch gleich beide. Weil Hardgots der Silbertriumph, die sammle ich ja eigentlich gar nicht. Und deswegen stehen eben auch alle Karten, die ich jetzt aus diesen beiden Boostern ziehe, zum Tausch. Ja, fangen wir erstmal hier an. Der Kartentrick natürlich nicht vergessen. Weil Hardgots der Silber ist ja auch nicht jetzt so eine coole Serie. Also eben die ganze Hardgots der Silber-Zyklus. Weil es gibt ja auch überhaupt keine Full-Arts und so. Ich glaube, das Beste, was man ziehen kann, sind Legendenkarten. Aber eben auch die Primes. Und ich glaube, das sind schon coole Karten, aber eben nicht so cool wie die EX oder eben die Full-Arts. Also, wir haben hier Nebulak, Magnetilo, Carnivania, Anton, Stolunio, Ultrigaria, Müllgreifer, Keifel. Mann, diese Karte habe ich noch nie gesehen. Dann ein Banetto Reverse. Und ich glaube, das ist eine Reverse Rare. Und ein Groink als Rare. Okay. Kommen wir nun zum zweiten Hardgots der Silbertriumph-Booster. Und zwar mit einem Palkia-Artwork. Das andere war Elevoltec. Leute, warum ist diese Karte am Rand dunkler als die anderen? Ist das ein Zeichen auf eine gute Karte? War ich eine Legende? Mal sehen. So, wir haben einen Blutzuck. Ein Voltoball. Ein Porygon. Ein Tentacher. Ein Schlurp. Ein Tentoxa. Ein Elektec. Ein Schwarzgurt. Müllgreifer Reverse. Und... Oh, ein Omot-Holo. Cool. Zwar keine Legendenkarte, aber immerhin eine Holo. Die kommt dann direkt in eine schöne Flief rein. Und in den Hintergrund. Ja, okay. Schon mal der erste Holo-Pull. Okay, Leute. Machen wir weiter mit dem XY-Basis-Booster hier. Und zwar mit einem E-Weltal-Artwork. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Also, wir haben ein Froxy. Ein Yorklef. Ein Ladybar. Ein Parfie. Ein Schwalbini. Ein Elektroball. Rollerskates. Ein Rockheiman. Ein Tauros Reverse. Und ich sehe gerade, das ist eine Reverse-Rare. Und ein Calamaneiro als Rare. Okay. Also, wir haben jetzt, glaube ich, schon die Hälfte der Booster aufgemacht. War noch keine EX dabei. Aber gut, ich habe ja auch erst zwei Booster aus den XY-Serien aufgemacht. Das andere war ja Triumph. Und deswegen könnte uns hier noch was erwarten. Wir haben jetzt Phantom-Kräfte mit Mega-Ginger-Artwork. Und mal sehen, was uns hier so erwartet. Also, am coolsten wäre natürlich das silberne Dialga EX-Secret wäre hier in Phantom-Kräfte. Aber vielleicht wäre das für das Video ja auch nicht so gut, wenn ich den da gerade ziehen würde. Weil ich glaube, da hätte ich keine Stimme mehr und ihr keine Ohren, wenn ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ja, aber wir gucken trotzdem mal, was ich hier ziehen werde. So, wir haben Skoppel, Panzer-Aeron, Mambolida, Dedenne, Lichtel, Kingler, Sedimantur, oh, Dimensionstal. Also, diese Trainerkarte fand ich eigentlich schon immer cool. Flummel-Reverse und Krawumms. Okay. Das nächste ist auch gleich Phantom-Kräfte wieder. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Diesmal haben wir ein Iguana, Krabbi, oh, Kanimani habe ich noch nicht, Mambolida, Flummel, Krakilo, oh, Kampferdichter, die Karte ist cool, Folikon, oh, Xerus-Reverse ist auch eine coole Karte und, ach man, ein Grebbelt, muss das sein? Okay. Zwei Booster haben wir noch übrig, und zwar einmal Flammeer und einmal fliegende Fäuste. Leute. Ich hoffe echt, dass irgendwo noch eine X-Karte drin ist. Oder eben eine Fullart oder so. Und ich würde sagen, müssen wir uns mal überraschen, weil eigentlich war die Ausbeute hier für bis jetzt sechs Booster noch nicht so gut. Aber mal sehen. Oh, Leute. Seht ihr das? Das muss eine X sein. Also, wir haben Knilz, Pipi, Knacklion, Pionsquara, Schnuthelm, Fokusquart, Amarino, Wartung, Ultragaria-Reverse und... Oh, Mega-Scarabornix! Hilfe! Das ist ja mal eine coole Karte. Meine Leute, guckt euch die mal an. 220 Kp mit der Attacke Urknallhorn. Boah, und wie das hier reinsmashed hier, das Scaraborn. Hilfe, das ist ja richtig cool. Also, auf jeden Fall die beste Karte bisher. Gleich im Hintergrund. Und vielleicht haben wir ja in dem Flammeer-Booster auch noch mal einen schönen Poel drin. Mal sehen. Ups, die Karten sind falsch rum. Okay, wir haben Visor, Seemops, Zurokeks, Leufeo, Oviscora, dann Libiskus, Hyperball, Georock, Haspiror Reverse und ein Schlappohr. Okay. Ja, gucken wir uns unsere Ausbeute mal an. Also, unsere besten Karten waren auf jeden Fall Mega-Scarabornix und Omotolo. Also, ich würde sagen, das ist jetzt für zwei Tinboxen eher so mittelmäßig. Aber da diese Tinboxen ja etwas älter sind und da die Ausbeute ja generell relativ niedrig war, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, jedenfalls das Mega-Scarabornix war auf jeden Fall hier aus dieser Tinbox hier, aus der Visorflor-Tinbox. Ähm, und bei dem Omotolo weiß ich es jetzt gar nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall war es das. Dann im nächsten Video werde ich eben die Mimic-Mapin-Kollektion aufmachen. Und, ähm, ja, auf jeden Fall werde ich jetzt aber erstmal noch diese beiden Sachen zeigen, die ich euch vorhin zeigen wollte. Deswegen tue ich eben erstmal alle Karten beiseite. Und an die Seite. Ja, Leute, das wollte ich euch eben noch zeigen. Und zwar fangen wir erstmal hiermit an. Und zwar ist das nämlich ein Tauschbrief von Sarah. Ist eigentlich ein ziemlich neuer Tausch sogar. Ich glaube, das habe ich erst gestern erhalten oder so. Also jedenfalls ging der Tausch um das Rayquaza EX. Nächste ist eine Promokarte. Und zwar mit der Nummer XY73 aus der Rayquaza Box, also aus der Tinbox. Dann ein Q-Reime EX aus ewiger Anfang. Und ein Vulcanion EX aus Dampfkessel. Ja, das waren die drei Tauschkarten. Auch in ziemlich coolen Sleeves hier. Komplett blau hinten. Ja. Und dann zeige ich euch noch eben den Bonus. Und zwar waren das alles englische Karten aus Stunde der Wächter. Und zwar haben wir hier einmal Multiswitch. Hala. Matchup. Tentacool. Also das Sandslash. Young Mo-O. Clefairy. Wimpot. Swallow. Tenonflame. Castform. Fletchling. Petrat. Stuffle. Energielotto. Asser. Paradise Conservation Area. Dann Energie Recycler. Dann Max Potion. Gothita. Gothitora. Trubbish. Und Litwig. Auf jeden Fall war das eben der Tausch jetzt. Und das andere war mehr oder weniger ein Gewinn. Und zwar von einem YouTuber namens Pokemaniac. Und zwar sind die Gewinne, die ich gekriegt habe, hier in diesem Booster drinne. Und zwar war das nämlich ein selber bepackter Booster. Und was da drinne war, war eben erstmal dieser Zettel. Hier steht, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Custom Booster Pack gewonnen. Dieses Booster Pack enthält eine Karte meines Lieblings-Pokemons mit einem echt genialen Artwork und mehr. LG. Ja jedenfalls, was da drinne war, war eben einmal ein Code. Dann ein Dialga Full Art. Und zwar war das eine Promokarte mit der Nummer XY77. Gengar Prime. Ein Gengar Prime. Das war eben die Karte, von der Pokemaniac auch hier auf dem Brief geredet hat. Ja und dann eben noch einige Reverses. Und zwar ein Torgekiss Reverse auf Englisch. Dann ein Chlorfossil Anorith, auch auf Englisch. Also ein Anorith-Clownfossil quasi. Dann Bidoof, also Bidifass auf Englisch. Und Magnemite, also Magnetilo auf Englisch. Snivy, also Serpifoy. Und jetzt kommen noch deutsche Reverses. Das waren Griffel Reverse, Picochilla Reverse und Tangela Reverse. Und das hier war quasi eine Autogrammkarte. Hier steht für Philipp, cool, dass du im Gewinnspiel teilgenommen hast, dein Pokemaniac. Ja. Jedenfalls die englischen Reverses, die brauche ich eben nicht, weil ihr wisst ja, dass ich keine englischen Karten sammle. Und ich glaube, den habe ich auch schon. Das heißt, zum Tausch stehen auf jeden Fall diese Reverses hier. Und eben auch das Gengar Prime, weil das eben aus einer Serie ist, die ich nicht sammle. Also aus Triumph, sieht man hier unten. Und die Serie sammle ich ja nicht. Aber diese Karte steht nicht zum Tausch, weil ich die noch brauche. Und diese beiden auch nicht. Ja. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Wie gesagt, im nächsten Video kommt dann die Mimica Pin-Kollektion dran. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.